Moinsen, Bagers und Bagerin. Letzte Woche kam ein Zuschauer auf mich zu, der gute Nocturne, denn der hat sich nämlich für Testzwecke ein SimRig SR2 bestellt. Das ist eine Motion-Plattform und ich wollte mal wissen, wie es um diese Plattform aussieht, denn dort gibt es den einen oder anderen Quirk, den man beachten musste. Und so bin ich auf ein Video von Ron gestoßen und hier kommt meine Reaction darauf. Viel Spaß damit und tschu! Wir gehen mal studieren. Vielleicht weiß der gute Ron ja ein bisschen mehr, weil wir gucken nämlich bei Ron Review mal rein. SimRigs Neuentwicklung SimRig SR2 stellt sich heute dem Härtetest und packt zusätzliche 50 Kilogramm an Belastbarkeit verglichen mit dem damaligen SR1 Modell obendrauf. Alles rund um das neue SimRig SR2 Full Motion System, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Oh, das ist ja voll cool. Ron macht sogar gleich noch den Stromverbrauch mit dazu, so wie es aussieht. Cool, das finde ich schön. Also fahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Ron hat die Handbremse links. Oh, das ist ja interessant. Zu Beginn wie gewohnte Disclaimer. SimRig hat das SimRig SR2 als Testmuster zur Verfügung gestellt, um dieses langfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen zu können. Wir testen heute das SimRig SR2 Motion System und ziehen den Vergleich zum SimRig SR1, welches ich mehrere Monate im Einsatz hatte und bereits an SimRig zurückgesendet habe. Es gibt keinerlei Vorgaben für dieses Review und ich halte dafür kein Geld. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Das SimRig SR2 Motion System kannst du direkt über die SimRig.se Homepage ordern. Der Preis für das SimRig SR 2 Full Motion System inklusive Befestigungsmaterial für den Rig, der beträgt 3.990 Euro, versandkostenfrei innerhalb Europas. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob Ron das RISE, ob das Gesamt ist, also mit Rig oder wie das zählt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, die Technologie. Full Motion Systemer verwenden üblicherweise Aktuatoren, um elektrische Signale in mechanische Bewegungen umzusetzen. Das SimRig SR2 Full Motion System, das greift die Telemetriedaten von deinen Rennspielen oder Flugsimulationen ab und am Ende werden die vier Aktuatoren entsprechend angesteuert, um diese Bewegungen zu simulieren bzw. umzusetzen. Kapitel Nummer 3, das Unboxing. Am Unboxing hat sich verglichen zum SR1 nichts geändert und die Ware kommt sauber verpackt in einem gut gepolsterten Karton zu euch. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, dem Lieferumfang. Im SimRig SR2 Paket sind... Das sieht ein bisschen aus wie 3D gedruckt, oder? Wegen den Schlieren? Haben wir 3D Drucker gerade dabei? Also die zugucken? Das sieht ein bisschen aus wie 3D gedruckt. Ist es? Okay, cool. Folgende Bauteile enthalten. Vier Stück SimRig SR2 Aktuatoren, eine Steuereinheit, das ECU, das Netzteil, ein Notaustaster, vier Kabelstränge für die Aktuatoren, ein Stromkabel für das Netzteil, ein USB-Kabel, Schrauben und Nutzstücke und via Mail bekommst du die Software übermittelt. Beim Bestellvorgang wählst du auf der Homepage zwischen dem SimRig SR1 oder dem SimRig SR2 System und anschließend an welchem Rig das SR2 montiert werden soll. Ich habe die Montage für ein 40x80 Rig gewählt, da mein damaliges SimLab TR1 Profil Rig einen Grundrahmen eben aus 40x80 mm Aluprofilen besitzt. Dahingehend werden dir dann vier passende Befestigungsprofile und vier Aluminiumprofile 20x20 für die Aktuatoren mitgeliebt. Das sieht aber ein bisschen komisch, also durch diese Verstreifung, also komisch im Sinne von, dass es nicht glatt ist. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht, dass es schlecht ist, sondern dass es einfach so fürs Auge... Weiter geht es mit Kapitel Nummer 5, die Kompatibilität. Unterstützt werden so gut wie alle gängigen Rennspiele, so wie der Microsoft Flugsimulator 2020. Ich kenne auf jeden Fall einen, der da richtig Bock drauf hat gerade. ... am PC. Die Konsolenkompatibilität bei ausgewählten Titeln, die Kompatibilität mit Aluprofil Rigs aller Größen, 40x40 Grundrahmen, 40x80, 40x120, 40x160 gegeben. Und wenn du andere Rigs im Einsatz hast, dann kontaktiere den SimRig Support vor der Bestellung, um rückzufragen, ob dies zusammen funktioniert. Ich stelle euch demnächst meinen eigenen Mod vor, wie ihr das SimRig Motion System an ein Symmetic K2 Air Rig dran montiert bekommt. Kapitel Nummer 6, die Spezifikationen und Abmessungen. Das Gewicht des kompletten Lieferumfangs, das beträgt ca. 20 kg, inklusive der Verpackung. Der maximale Stromverbrauch des SimRig SR2 bei Peaks, bei Spitzen, beträgt bei mir gemessen um die 200 Watt ingame. Und ca. 8 Watt im Standby, 35 Watt, wenn die Aktuatoren in Bereitschaft sind und eben ingame meistens zwischen 80 bis 100 Watt im Dauerbetrieb und liegt damit leicht über dem des SR1. Die Lautstärke der Aktuatoren bleibt bei unmittelbarer Nähe im Bereich von 60 bis 65 Dezibel. Der Lüfter der Steuereinheit bleibt mit um die 55 Dezibel aus direkter Nähe unauffällig und schaltet sich außerhalb des Spiels umgehend ab. Die Belastbarkeit des SimRig SR2 beträgt bis zu 225 kg und wurde verglichen mit dem SR1 Modell um 50 kg erhöht. Es handelt sich um ein 3DOF, Three Degrees of Freedom System. Drei Wege Motion bedeutet Heave, das ist das Hoch und Runter. Pitch neigen nach Vor und Zurück und Roll neigen nach Links und nach Rechts. Ihr habt Plus Minus 6 Grad Bewegung in den Achsen. 70 mm Achsenweg und 100 mm pro Sekunde Geschwindigkeit sind bei beiden Modellen unverändert. Ein Profil Rig, das wächst in der Breite, wenn du das SR2 montierst, um ca. 30 cm insgesamt. Die Länge bleibt unverändert und in vertikaler Richtung steht euer Rig nun etwa 12 cm höher als zuvor. Oh, das wäre bei mir zum Beispiel ein Problem. Obwohl, ne, wäre kein Problem, weil meine Wearbase ist ja immer noch vor meinem Bildschirm. Ah, ja, okay. Die vier Aktuatoren, die sind in dezenten Schwarz mit dem weißen Simric Branding verkleidet, welches beim SR2 aktualisiert wurde. Die 20 mm Aluprofile, die kommen in einem standardmäßigen Alu-Look zu euch. Das Steuerungsgehäuse, die ECU genannt, kommt ebenso aus dem 3D-Drucker und wurde beim SR2-Modell durch einen 80 mm Lüfter ergänzt. Dieser kühlt die ECU somit aktiv. Der Lüfter dreht ausschließlich im aktiven Motion-Betrieb und schaltet dann sofort ab, wenn du eben die Motion beendest. Ingame ist der Lüfter nicht hörbar, da der Spiele-Sound deutlich lauter ist. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Kopfhörer, die blenden das halt einfach aus. Spielst du mit den Kopfhörern und neben dir will deine Freundin entspannt beispielsweise Fernsehgucken, ist das Simric SR2-Motion-System zwar hörbar, aber nicht störend laut. Die Gehäuse der Aktuatoren, die wurden aus Kunststoff gefertigt und weisen frontseitig Lüftungsschlitze auf. Auch nach 2-3 Stunden Nordschleife unter starker Motion-Belastung fühlen sich die Aktuatoren im Anschluss nur handwarm an. Das Netzteil wurde verglichen mit dem SR1-System von 500 Watt auf 1000 Watt maximaler Belastbarkeit ausgelegt. Nächstes Kapitel, die Inbetriebnahme hardwareseitig. Für den Zusammenbau findet ihr auf der Simric Homepage eine sehr gut bebilderte Anleitung in Englisch. Das Aufbauschema unterscheidet sich bei SR1 und SR2 nicht und ich hänge euch die wichtigsten Schritte im Zeitraffer von meinem damaligen Aufbau an dieser Stelle mit rein. Auf den Punkt gebracht ist der Aufbau selbst erklärend und ihr benötigt keinerlei Handwerkskenntnisse. Schritt Nummer 1, du montierst... Naja, wenn man zwei linke Daumen hat, nicht? ...je zwei Winkelstücke an jedem 20x20 Alu-Brund. So, so wäre richtig. Nicht so... Äh... Gut. Ziehe während des gesamten Montagevorgangs die Schrauben nicht fest. Jetzt montierst du die Aluprofile an deinem Rig und im Anschluss montierst du die vier Aktuatoren mit dem Logo nach außen zeigend an den Aluprofilen. Beachte die Montageseite, je nachdem, ob du dein Rig jetzt auf den Kopf gestellt oder aufgebockt hast, wie ich dies damals beim SR1 gemacht habe. Danach montierst du die vier Gummipuffer an den Aktuatoren und jetzt verschraubst du die vier Haltebrackets mit deinem Rig. Im Anschluss werden die Haltebrackets mit den Aktuatoren verbunden. Jetzt montierst du das Gehäuse für die Elektronik, die ECU, unter deinem Sitz oder frontseitig. Der USB-Anschluss soll auf der linken Seite in Sitzrichtung sein und danach verbindest du die vier Kabelstränge mit den Anschlüssen an der ECU und eben den Aktuatoren den richtigen. Achte hier auf die richtigen Anschlüsse. In Sitzrichtung links oben ist der Anschluss für den Aktuator links vorne und in Sitzrichtung links unten ist der Anschluss für den Aktuator links hinten und dasselbe Spiel dann auf der rechten Seite. Jetzt verbindest du das Netzteil mit den beigelegten Kabeln und das USB-Kabel mit deinem PC. Danach verlege die Kabel knickfrei im Bereich unter deinem Sitz bzw. mit Kabelbindern in Position. Ich rate auf jeden Fall Kabelbinder zur Fixierung der Kabel zu verwenden. Somit vermeidest du dass ein Kabel an einem Stecker zieht und du die Steckverbindung löst oder in Mitleidenschaft ziehst. Achte darauf dass die Kabel auf keinen Fall unter den Aktuatorfüßen eingeklemmt werden. Bevor du deinen Sitz montierst rate ich immer zu einem Testlauf. Im Menü Devices unter Launch Exist Tester kannst du diesen komfortabel durchführen. Hat dein Testlauf geklappt du hast keine Kollisionen gemerkt montierst du im Anschluss die Sitzschienen und den Sitz auf deinem Rig und bist ready to go. Kapitel Nummer 8 die Inbetriebnahme Software-Seitig An dieser Stelle verlinke ich euch das ausführliche Software-Review zum SimRig SR1. Googelt dir dieses genauestens an. Heute gebe ich euch Updates mit die seither seit diesem Review in die Software neu eingepflegt wurden und in meinen Augen sehr hilfreich sein könnten. Für die erste Inbetriebnahme musst du lediglich die von SimRig via Mail zugesendete Software installieren. Verbinde dann das SimRig SR1 zuvor via USB mit deinem PC und insofern Updates zur Verfügung stehen bekommst du dies in der Software rückgemeldet dann führe diese mit einem Klick komfortabel durch. Verglichen mit dem damaligen SimRig SR1 Software-Stand ist die Auto-Tune-Funktion neu überarbeitet worden. Diese ist nun direkt neben den Force-Slidern ganz oben seitlich positioniert und trackt automatisch das System. Das heißt ihr müsst Auto-Tune somit nicht mehr manuell starten und beenden und diese Werte dann übernehmen. Somit könnt ihr die ermittelten Werte des Systems direkt nach eurem Turn direkt nach euren Runden mit Apply übernehmen wenn ihr eure eigenen Einstellungen überschreiben wollt. Nächstes Update betrifft das Menü Intensity Settings die Intensität eures Fahrwerks der Federn und so weiter. Ihr habt nun vier Profile für Federlänge Reaktionszeit und Federhärte zur Wahl. Die ersten drei Profile sind Voreinstellungen des Herstellers und das Custom Profil könnt ihr selbst adaptieren. Belegt ihr einen Button am Lenkrad könnt ihr bequem durch die Profile wechseln ohne aus dem Spiel springen zu müssen. Zusätzlich wird euch der Profilstatus über Audio vermittelt. Ihr hört dies dann über die Audioausgabe und im Speziellen als VR-Nutzer ist dies sehr komfortabel. Normal Preset Selected Das ist cool. High Preset Selected Raw Preset Selected Custom Preset Selected Weiters kannst du über die SimRig Software einen Button belegen um dein VR-Headset zu zentrieren. Somit musst du nicht in unterschiedlichen Spielen nach der Belegung suchen und hast dies direkt über die Software gelöst mit diesem wichtigen Menüpunkt. Ein weiteres Update ist der Parameter Increase Roll Over Steer. Dieser simuliert durch ein zusätzliches Roll den Effekt des Übersteuerns. Und ein weiterer Effekt namens Pitch Wash Out wurde hinzugefügt. Beim Beschleunigen wirst du über die Pitch Achse in den Sitz gedrückt danach geht das System langsam wieder in die Pitch Neutral und wenn du dann schaltest und wieder aufs Gas drückst spürst du diesen Effekt noch einmal und dies simuliert die Beschleunigung wunderbar. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9 dem Rennstreckentest. Bei meinen ersten Testrunden mit dem SimRig SR2 Motion System fiel mir auf dass das SR2 noch exakter ans Werk geht Achso Ron hat die Handbremse als Kamerahalter angebaut. Richtiger 5 Head weil hier drüben ist seine Handbremse und der richtiger 5 Head als das SR1 System. Versteht mich bitte jetzt nicht falsch die Performance des SR1 fand ich selbst nach vielen Monaten damit wunderbar super. doch das SR2 macht alles noch etwas genauer etwas besser die Motion die wirkt irgendwie nochmals knackiger und die Peaks die gehen richtig satt an den Anschlag. Die Reaktion des SR2 Motion ist verblüffend direkt und es passiert verzögerungsfrei das was dir das Spiel übermittelt. Ich bin mit VR mittendrin und merke keinerlei Lag oder andere Unregelmäßigkeiten die Motion wird 1 zu 1 umgesetzt. Das SR2 läuft bei mir seit einigen Wochen und ich hatte bis dato keinen einzigen Absturz des Systems zu verzeichnen. Ebenso könnt ihr das Aktivieren und Deaktivieren der Motion mit einem Button am Lenkrad belegen. Das ist sehr komfortabel wenn man die VR-Brille bereits auf hat und vergaß die Motion zu aktivieren. Die Geräuschkulisse des SR2 empfinde ich als zurückhaltend. In Sachen Software sind die neuen Features spürbar und ich nutze den Übersteuereffekt und auch den Pitch-Wash-Out-Parameter. Die Autotune-Funktion die finde ich nun wesentlich komfortabler als noch zuvor. Ebenso komfortabel ist für mich die Fahrwerksanpassung über den belegbaren Button mit den Intensity Presets. Ich rate euch unbedingt diese Features auszuprobieren das gibt euch einen deutlichen Mehrwert. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative Aspekte neutrale Aspekte positive Aspekte das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 10 die negativen Aspekte. Ich würde für das kräftigere SR2 System Montageprofile 40x40 in Schwarz oder Silber nach Wahl bevorzugen. Die 20x20mm Profile die genügen zwar in Sachen Stabilität aber ich finde 40x40 Profile würden besser zum übrigen Rig dazu passen und die kleinen Nutensteine der 20mm Profile sind mir persönlich etwas zu fummelig. Der neu hinzugekommene Lüfter der Steuereinheit der sieht sehr aufgesetzt aus aber das ist eben ein subjektiver da optischer Aspekt den ihr selbst beurteilen müsst. Weiter geht es mit Kapitel Nummer 11 den neutralen Aspekte. Ein neutraler Aspekt ist, dass du bereit sein musst etwas Zeit für die Montage in Kauf zu nehmen und dir auch zutraust das System zu verkabeln bzw. einzurichten. Als Tipp wenn du einen einfachen IKEA Kasten zusammenbauen kannst dann wirst du auch die Montage des Simrig SR2 Systems bewerkstelligen können. Für die ganzen Kabelstränge da wäre Schön rausgeschnitten sehr gut Clips zur Verkleidung dieser Kabelstränge ein optisches Plus das ich im Lieferumfang begrüßen würde. Weiters wären einige Kabelbinder ein guter Anreiz für den Käufer dass die Kabelverbindungen in der Nähe der Steckverbindungen fixiert werden sollten. Und so geht es weiter mit Kapitel Nummer 12 die positiven Aspekte. Ich würde mir wünschen dass sie die Kabel sleeven würden dass du nicht Spaghetti Ketchup Mastard hättest. Das wäre schön also wenn die halt eingepackt wären. Fullmotion ist üblicherweise ein sehr kostspieliges Hobby und hier ordne ich die Preise von SR1 und SR2 den positiven Aspekten zu. Das SR1 kostet mit knapp 3000 Euro nicht mehr als ein Seedmover beispielsweise von Next Level Motion V3 den ich bereits für euch getestet habe. Und auf dem selben Preisniveau sehe ich Fullmotion im Vorteil dass sich dein ganzes Rig die gesamte Peripherie mitbewegt und du die Simulation eines Fahrwerks besser hinbekommst. Das SimRig SR2 kostet mit knapp 4000 Euro eben 1000 Euro und somit deutlich mehr bietet aber im Gegenzug kräftigere Aktuatoren und viel Potenzial um auch schwerere Rigs und Peripherie aufzunehmen. Beim SR1 müsst ihr eure Beladung knapper kalkulieren. Dieser Punkt ist beim SR2 nun praktisch ausgeräumt. Ausnahmen in Sonderfällen sind natürlich immer möglich. Ein nächster positiver Aspekt ist, dass ich nach wie vor keine EMI keine elektromagnetischen Interferenzprobleme haben, die ganze Systeme lahmlegen können. Nach mehreren Monaten mit dem SR1 setzt sich dieser positive Aspekt mit dem SR2 fort. Die elektromagnetischen Interferenzen EMIs können im Speziellen beim Einsatz von Direct Drive Wheelbases wie in meinem Fall Podium DD1 SimU Cube SC2 Pro und so weiter große Probleme bereiten. Aber hier hatte ich wie bereits erwähnt bei meinen ersten Testrunden und bis heute keine einzigen Probleme. Alles scheint nach wie vor trotz der kräftigeren Aktuatoren des SR2 sehr gut abgeschirmt zu sein und dies ist somit ein essentiell wichtiger Pluspunkt. Der dritte positive Aspekt ist für mich die einfache Montage und die gut erklärte und bebilderte Anleitung. Auch ohne Englischkenntnisse weißt du worum es geht und solltest dies hinbekommen. Ebenso gefällt mir die sehr angenehme Geräuschkulisse. Jedes Klackern meiner Magnetik Shifter ist deutlich lauter als das komplette SR2. Ja gut du fährst aber auch Ron jetzt gerade mit die lauteste Shifter die es gibt aus McLaren Wheel die sind wirklich sehr laut. Motion System und der Aktivlüfter der ECU der bleibt im Prinzip geräuschlos. In Sachen Software bin ich nach wie vor begeistert von der Umsetzung. Diese bietet umfangreichen Spiele Support und ihr müsst euch nicht darum kümmern welches Spiel supported wird. Die Software wechselt automatisch die Profile und die Anpassungen die sind Das ist eine Info Ron Dankeschön dass du die noch nachreißt die hätte ich mir gewünscht als du das Programm gezeigt hast aber jetzt tippitoppi geil sowas ist gut weil das Quality of Life ist machst du das Spiel an und der geht halt das Profil automatisch durch und ändert das dann ohne dass du das machen musst spitzenmäßig einfach und selbsterklärend umzusetzen die neuesten Features die wurden sehr gut implementiert und machen Sinn und die Belegung von Hotkeys direkt über das Lenkrad oder eine Buttonbox oder eine Tastatur die finde ich als äußerst nutzerfreundlich und erstmal letzter positiver Aspekt ist ein professionelles Erscheinungsbild und eine gute Verarbeitung der Bauteile ich finde persönlich das Simric SR2 einfach optisch gelungen und mit meinem gemoddeten Simit die K2R mein bis dato schönstes Motion System Projekt ich muss wirklich dazu sagen aber das ist glaube ich so eine persönliche Präferenz für vier Latschen hätte ich nicht unbedingt gerne 3D gedruckte Sachen also ja das ist teuer auf jeden Fall müssen wir nicht darüber reden also Aktuatoren oder Full Motion System aber 3D Druck an vier Scheine ist so ein bisschen weiß nicht also finde ich also für mich persönlich wäre schön wenn das ein bisschen abgerundeter ist wie Ketchup und Mastard also die Kabel wäre schön wenn sie eingepackt wären ist so ein Quality of Life Ding für den Käufer dass er sagt so halt ja doch schön und so geht es weiter mit Kapitel Nummer 13 das Fazit und die Kaufempfehlung ich kann auch wie beim SR1 Motion System für das SR2 eine klare Kaufempfehlung für dieses Produkt aussprechen wenn du eben das nötige Kleingeld dafür besitzt für mich stellt Motion neben VR die Spitze der Simracing Immersion dar in Sachen Belastbarkeit erweitert Simrig mit dem SR2 und 225 Kilogramm Belastbarkeit die Bandbreite der einsetzbaren Rigs erheblich lasst mich dies an einem rechenbeispiel in meinem Fall erwähnen mein Symmetic K2R das wiegt komplett 35 Kilogramm die Podium DD Wheelbase um die 10 Kilogramm Shifter Handbremse Pedale und Lenkrad bringen insgesamt rund um die 15 Kilogramm auf die Waage mein Sitz samt Konsolen der wiegt gute 10 Kilogramm und ich selbst wiege um die 90 Kilogramm derzeit insgesamt liegen somit um die 160 Kilogramm an die der Simrig SR1 problemlos stemmen konnte aber der Spielraum nach oben war mit 175 Kilogramm klarerweise begrenzt und da kommt nämlich genau das was ich gerade vorhin sagte bevor wir das Video geguckt haben 175 Kilo ist echt eng so guck mal Ron wiegt jetzt 90 bei mir kommen noch 15 oben drauf und ich gehe mal davon aus dass mein Rig eventuell müh schwerer ist weil größtenteils dran Stahlverbinder verbaut wurden dann könnte ich zum Beispiel ich persönlich könnte mit 175 nicht mal Version 1 fahren nope wäre nicht dritter also ich wäre drüber mit meinem Körpergewicht mit dem SR2 hätte ich nun 65 Kilogramm zusätzlichen Spielraum nach oben und könnte beispielsweise auch ein deutlich schwereres Rig bewegen bzw. ich selbst könnte noch einige viele Kilos zunehmen ich habe mit Simrig gesprochen und Simrig hat mir bestätigt dass beide Modelle zukünftig parallel angeboten werden das Simrig SR1 ist somit nicht als Auslaufmodell vorgesehen das ist doch super cool also jetzt mal wirklich für Menschen es gibt ja durchaus Personen die 70 Kilo wiegen vielleicht ein bisschen kleiner oder ein bisschen schmaler gebaut für die ist das doch super das ist von der Politik her eventuell ist das ja deren Politik dass sie sagen hey du ich vergleiche das mal gerne mit Klamotten ein Klamottenladen muss nicht unbedingt 6XL anbieten es ist aber finde ich so ein Service für den Kunden zu sagen ey okay du findest unsere Klamotten geil pass auf hier ist noch 4XL 5XL und 6XL bieten wir dir an das ist zwar nicht die größte Marge die wir haben also Marge im Sinne von die größte Menge die wir verkaufen aber es ist da und hier finde ich das ziemlich cool dass wenn jetzt bei euch da draußen irgendeiner da ist und sagt ey ich wiege nur 70 Kilo oder so für mich würden 175 völlig ausreichen kannst du halt einfach ich glaube was waren das jetzt 1000 Euro sparen ist doch geil ist doch top und bleibt zum Kampfpreis für den Einstieg in Full Motion nun in direkter Konkurrenz zu einem reinen Seedmover wie dem Next Level V3 zum selben Preis die Vor- und Nachteile bei der Systeme Full Motion oder Seedmover die habe ich euch bereits damals in einem Review genauestens aufgezeigt bezüglich der Kaufempfehlung rate ich deine Belastbarkeitsrechnung anzustellen wenn du hierbei Luft nach oben haben möchtest und ein nochmals knackigeres Ansprechverhalten der Aktuatoren und somit ein noch mal gesteigertes exakteres Fahrerlebnis dann kann sich für dich der Aufpreis von immerhin 1000 Euro lohnen aber bedenke dass du bei dem SR1 Modell in Sachen Full Motion bereits sehr sehr gut aufgestellt bist und jetzt seid ihr im Zug welche Erfahrungen habt ihr bis dato mit Motion gesammelt oder besitzt ihr bereits ein Motion System wie gefällt euch die SimRig Produktpalette und überlegt ihr ein solches System oder ein anderes einzusetzen loggt euch bitte bei YouTube ein und postet eure Meinung in den Kommentaren unten mit bei und so geht es weiter mit einem spannenden Ausblick wie versprochen zeige ich euch wie ihr das SimRig K2 Air Rig mit SimRig Motion kompatibel machen könnt dies war ein sehr günstiger Mod ein günstiger und einfacher Umbau und weitere interessante Projekte sind bereits in Planung stay tuned und danke für euren Support es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviehen vielen Dank fürs dabei sein und liebe Grüße von eurem Ron danke Ron schön dass du es bis hierhin geschafft hast und ich möchte dich wie immer darauf hinweisen dass du doch bitte meine Katze anguckst die Kamera guckst nein ich möchte dich darauf hinweisen dass du doch netterweise eine Interaktion hinterlassen könntest ich würde mich sehr freuen über einen Kommentar oder einen Daumen oder ein Abo und eine Glocke oder du guckst dir einfach noch ein Video an und dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag ich werde jetzt den restlichen Tag mit meiner wunderschönen Katze verbringen denn die braucht etwas Aufmerksamkeit auf Wiedersehen Tschüssi tschüssи tschüssi natürlich sowie trocken kom 없는 tschüssi 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 tschüssi